So und damit herzlich willkommen zu diesem Shaggy Tutorial. Shaggy ist ein super super simpler Charakter zu spielen, aber auch ein sehr sehr starker in meinen Augen. Also er ist ganz gut finde ich, ist simpel, super geeignet für Anfänger, aber dennoch sehr sehr effektiv. Dann fangen wir mal an mit seinen Fähigkeiten. Vier gedrückt halten. Zack, ihr seht wir kriegen auch Rüstung und hauen dem Gegner einfach hier mit so einer krassen Drehkommo eine rein. Super simpel, aber super effektiv. Dann haben wir Fick nach unten. Haben wir hier so einen Stampfer, ihr seht wir können ihn auch aufladen. Leuchtet lila, das heißt wir breaken Armor. Und kurz bevor die Fähigkeit aufkommt, kriegen wir Rüstung, wie ihr sehen könnt. Ist ein kurzer Zeitraum, aber der langt um den Attack durchzubekommen. Dann haben wir Fick nach oben gedrückt. Einfach hier so einen Smack nach oben. Super simpel, aber effektiv. Als nächstes haben wir unsere stinknormale seitliche Kombo. 1, 2, 3, endet in einem Kopfstoß. 1, 2, 3. Haben wir hier nach oben hin. Ein Schlag nach oben. Simpel. Gibt sich zwei Teile hinzuzufügen. Dann noch in die Luft. Einmal Fick drücken. Haben wir hier so einen Paddel Attack. Irgendwo da einfach so eine Luft läuft. Hittert den Gegner dreimal, soweit ich weiß. Warte. 1, 2, 3. Dann haben wir noch nach rechts zum Kniestoß. Wie ihr seht, den können wir auch aufchargen. Dann haben wir noch Fick nach unten. Hier so ein Schlag. Ordentlicher Attack. Ist wirklich super, super gut, um am Edge zu finishen. Hat eine große Range. So, dann wird es richtig besonders mit Shaggy. Mit Dreieck unseren Spezialfähigkeiten. Wenn wir Dreieck gedrückt halten, gehen wir hier in unseren Super Saiyan Modus. Lassen hier so einen Scooby Doo Snack fallen. Und wenn Mates den aufheben, werden sie geheilt. Aber ich zeige euch später, was die Super Saiyan Fähigkeit mit uns macht. Ihr seht, Shaggy startet immer mit einem Sandwich. Wenn wir nach unten Dreieck drücken, zack, yeeten wir das auf den Gegner drauf. Genau, und wenn wir jetzt Dreieck nach unten drücken, indem wir kein Sandwich in Hand halten, graben wir eins aus dem Boden aus. Zack. Und können das auch schmeißen. Manchmal können wir es auch aufheben. Dann haben wir, Dreieck zur Seite, eine sehr bekannte Attacke von Shaggy. Weil jeder Shaggy Main sie so gut es geht spammt. Bitte macht das nicht. Shaggy hat wirklich einen sehr großen, was heißt sehr großen Movepool. Er hat eigentlich keinen wirklich großen Movepool, aber die Moves, die er drin hat, sind wirklich sehr, sehr gut. Kann man variabel gut einsetzen. Je nach Situation habt ihr eigentlich alles, was ihr braucht. Deswegen spammt nicht nur diese Attacke, auch wenn sie sehr, sehr stark ist. Können wir natürlich auch eine Luft machen, genauso. Dann haben wir Dreieck nach oben. So ein Uppercut. Funktioniert unten, funktioniert genauso auch oben. Und Dreieck nach unten in der Luft, kriegen wir Rüstung, zack, und geben hier so einen Ground Slam. Auch eine sehr starke Fähigkeit auf jeden Fall. Sehr, sehr underratede Fähigkeit, weil ihr kriegt in der Luft Rüstung. In der Luft Rüstung zu bekommen ist wirklich sehr huge. Weil ihr könnt nicht von Air-Up-Attacks, wie Bugs Bunny, sein Basie, rausgeschmissen werden. Und kontert sogar auf dem Boden direkt mit einer Attacke. Dann zeige ich euch noch diese ganzen Attacken geraged. Zack, im Super Saiyajin haben wir hier so einen Mega-Kick, der uns Rüstung gibt. Und dem Gegner maximale Schwäche-Stacks hinzufügt. Nochmal kurz. Die Range ist erhöht, der Damage ist erhöht. Ihr kriegt Rüstung. Und Applied Max Damage, beziehungsweise Max Schwäche auf den Gegner. In der Luft habt ihr dann einen verstärkten Uppercut, der euch auch wieder Rüstung bringt. Und nach unten Dreieck, gebt euch so einen Hulk Smash. Zack, auch Rüstung. Mit so einer brutalen Shockwave auf dem Boden. Mit auch ordentlicher Rage. Wenn wir geraged sind und einmal Dreieck drücken, kriegen wir Rüstung und entladen uns und machen so eine Shockwave. Bam. Wissen viele nicht. Auch sehr stark. Dann haben wir, wenn wir ein Sandwich schon haben und unsere Rage aktivieren, schmeißen wir so ein Riesen-Sandwich. Und was viele nicht wissen, unsere Rage, wie ihr sehen könnt, ist immer noch vorhanden. Erst wenn wir wieder eine neue Fähigkeit aktivieren, zack, geht die Rage weg. Also ganz wichtig, zuerst ein Sandwich immer so gut es geht, immer ein Sandwich rausholen. Dann habt ihr hier noch diesen extra Giga-Sandwich-Attack und könnt dann irgendeine andere Attacke hinterher feuern. Übrigens, wenn ihr mit einem Maid spielt und diesen Scooby-Snack droppt, der kann ihn aufheben, wird geheilt. Und wenn ihr dann Dreieck drückt, teleportiert ihr euch zu dem Maid und macht diese Explosion. Wenn ihr euch auch im Duo-Modus auflädt, wird euer Teammate auch aufgeladen und appliet dann, wenn er den Gegner hittet, schwäche Stacks auf ihn drauf. So, dann kommen wir noch zu Shaggy, seinen Perks. Und zwar haben wir hier Mann mit schlechter Hungerlaune. Das ist super simpel, wenn Shaggy ein Sandwich ausgerüstet hat, kann er seine Wut einfach schneller aufladen. Aber das verbraucht halt sein Sandwich. Und hier haben wir ein letztes Zeug, da erhält Shaggy einfach automatisch Wut, nachdem er 100 Damage überschritten hat. Wirklich sehr, sehr überschaubare Fähigkeiten. Ich habe ja gesagt, das ist eher so ein anfängerfreundlicher Charakter. Genau, an der Stelle habe ich jetzt noch zum Schluss noch ein paar Tipps für euch mit Shaggy. Und zwar, nutzt wirklich sein Kit, so gut es geht. Nutzt sein Kit. Er hat so ein simples, aber effizientes Kit. Ihr habt alles dabei. Ihr habt viel Rüstung-Stacking. Ihr habt Armor Breaks. Hier, mit Rüstung-Stacking. Ihr habt in der Sergin-Form verschiedene Fähigkeiten. Nicht nur euren Kick. Und wirklich nicht diesen verdammten Kick spammen. Gegen Anfänger mag es funktionieren. Gegen mich mag es funktionieren, wenn ich tilted bin. Aber sonst ist das entweder eine Attacke zum Saven eher. Oder halt um den Gegner zu finischen. Klar, es mag so funktionieren, wenn ihr hier so rumkickt. Aber es ist bei weitem nicht Shaggy's volles Potenzial. Das ist vielleicht Shaggy's 0,001% seiner Power. Aber es ist nicht seine hundertprozentige Power. Das war es auch schon mit dem Shaggy-Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch geholfen hat. Und an der Stelle wünsche ich euch wirklich sehr, sehr viel Spaß mit Shaggy. Nochmal vielen Dank an jeden Einzelnen, der fleißig die Videos guckt. Wirklich Kuss vom ganzen Herzen. Ich mache das wirklich sehr, sehr gerne. Es macht mir sehr viel Spaß. Und ja, ich wünsche euch noch weiterhin einen sehr, sehr schönen Tag. Viel Spaß mit Shaggy und bis zum nächsten Mal. Ciao.